Universitätsgesellschaft hat heute wiederum ihre Förderpreise für exzellente, also für ausgezeichnete Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen ausgelobt und vergeben. Und eine Arbeit, die für besonders innovativen Forschungsansatz ausgezeichnet werden sollte, die alle zusammen, das sind dann 18 Arbeiten, die wir heute sozusagen gewürdigt haben. Warum machen wir das? Wir wollen natürlich auch den Studenten entweder während des Studiums oder am Ende ihres Studiums eine Würdigung für ihre exzellenten Arbeiten zukommen lassen. Das ist für die meisten eine erste Station in ihrem akademischen Leben, aber vor allen Dingen eine Auszeichnung und vielleicht auch einen Anreiz weiterzumachen. Wichtig aber auch für uns in der Öffentlichkeit darzustellen, dass hier tolle Themen bearbeitet werden, die dann auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden sollen.